ja endlich war weil es kurz vorm verkacken ein bisschen kuscheln hi du musst auch wieder ein bisschen mehr als micro als micro als micro hallo nico hallo nico ich grüße ja alle meine freunde die micro heißen ja irgendwas trifft mich ich weiß nur nicht ganz genau was alter was der weg nicht zu sücht rüdiger bitte nicht kommt der autor hätte sich nicht näher an den rand stellen können für den stufenaufstieg wo aus 837 das ist recht stufen auf dem höchsten niveau das ist der mit spur einschlüssel erst links oder rechts was sagst du heutzutage auch wieder ganz auf die plattform stellen nein bleibt drauf her kommt nicht das fliege ding irgendwo müssen wir auf jeden fall mit weg fliegen das weiß ich noch in dieser zone sind es kein länder des erdelements stärker er komme zurück kann es was erde dass wir wechseln müssen normalerweise fliegen die dinger los das weiß ich noch da mussten die ganze zeit zum kreis auch damit sie sich treffen ich komme runter in dieser schon nur kurz was gucken und zwar reicht ein schlüssel eigentlich auch nämlich drei ja genau und habe ich damals auch übelst lange überlegt weil jetzt müssen wir eigentlich die ganze zeit du wurdest dich einfach ein und nicht auf dem kreis anders geht es nicht weil zu zweit wird das jetzt richtig scheiße in dieser zentralen ist kein länder des erdelements stärker kann man die kaputt machen ne kann man nicht guck wir fliegen schon komm hierhin aber bleib stehen bleib 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 oder so auf den arsch wir müssen gleich auch einmal im kreis laufen und dann hoffen dass es losfliegt wir hätten zuerst einmal kaffee machen gehen können also ich will die ganze zeit die kamera drehen alter und solo ich bin weg oh nein zwei fette und stirbt sterbt und nein nicht für dich hier sind auch noch laserbeam und rüstung alter darauf ein hoff schlüssel wir müssen trotzdem weiter töten für das scheiß gegner ziel ok wir können gehen also moment ok warte ich auf einmal rum und du bleibst einfach stehen oder so ja wir brauchen so manche beste idee aber es funktioniert und was hast du heute noch so vor was gehen wir eigentlich nachher essen was war pizza 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 hat hatten wir doch erst bei dingens hatten wir pizza hat bei hatten wir pizza hat ja beim amagen das war knapp das war was tritten gesagt sagt mal pico schenke dabei die fingern hier andere seite nicht nur bleibt stehen bleibt einfach es fängt nicht an stell dich irgendwo hin es fängt nicht an wir fliegen nicht jetzt fliegen wir du bist so gut wie down da reicht noch ja das voll scheiße ist ich habe noch 13 leben wir haben noch 13 leben nein wir teilen uns unser leben da bin ich froh darüber wie auch du ein jackass reinbrennen alter es stimmt gar nicht ja es ist halt eine traurige freundschaft geht hier also es geht alles zum grunde wir haben sie wie unfair war das denn also das war richtig aber so richtig unfair dass er sich jetzt bewegt hat diesen tag herunter vielleicht hat er nicht reagiert also ich bin tot weil ich festgehalten habe so du bist aber auch tot nein doch du hast noch ich glaube 50 leben oder sonntag gegen gerade ein schlackhagel auf die schlieder aber dann war das mein lebensbalken sorry nimm das jetzt geht es hier richtig los wer zum hänker trifft mich hier es tut mir leid wir müssen auf jeden fall noch mal egal für den speedrun alleine auf hier ist so eine kiste an den schlüssel hatte ich ja schon so marken ob das jetzt funktioniert ja das haben wir absichtlich liegen lassen wer geht zuerst darauf einfach bis dahinten an die wand zuerst warte jetzt komme ich mir ist klar heavy trigger ist genauso klein ja du musst weiter nach vorne laufen lauf einfach weiter nach vorne was machst du da hör auf sie werden verschoben ist jetzt eben nicht aufgefallen dass du von alleine verschoben wurdest ja aber drücken wir nicht in die eine richtung ich hab dir gerade den arsch gerettet nein hast du nicht doch du bist da hinten gegangen nein ich hab mich noch gelaufen was will ich dir nachher auch gerne machen dass du nach hinten gerutscht bist deswegen war ich auch so krass langsam du bist immer langsam nicht in die richtung wer ist jetzt unten rechts gewesen wäre das anderes gewesen jetzt dran nein noch nicht ich weiß nicht ich hab angst ich lauf mich los jetzt jetzt ok ich bin dran so funktioniert es ist mir egal ich will jetzt nicht noch 100 mal krepieren weil wir nachher bei einem boss sind der nicht schlecht wird ja genau wir haben beide unsere erzkalender schon verloren ja das war vielleicht nicht die beste idee ja du wurdest doppelt getroffen ich finde es aber sehr nett dass er da steht Alter geht es durch die Gegentreffung Alter wird das heftig was auch nicht dein Ernst Sebi bitte komm Sebi 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 ich will nicht alleine ich will mich so alleine Alter könntest du jetzt auf den Boden schlagen Essen bitte bitte essen oder sowas was kommt denn jetzt nehmt das nur drauf halten kreерш meines tod deiner auch Essen du kriegst das level ab ne ich habe auch ja du bist auch genauso wie ich ja wir hätten einer von uns jetzt wirklich abkommen sollen du bist weiter weg von dem level ab als ich nimmst nimmst du bist so ein millimeter weiter weg und finde den eingang zu kämpfen nicht der ist auch davon wirst du deinem schnall begegnen sieht man den ich viel glück portal meister glück hat uns auf den weg verlassen ein bisschen wie harry potter oder ist nicht dein ernst ja okay das tut mir jetzt richtig leid das war kein ich dachte der boss gehört doch dazu kann man das jetzt voneinander trennen dass wir sagen können wir wollen aber zurück nein wow jetzt sind positiv aber wir haben alle unseres gerne wäre das ist natürlich verurteilhaft wir durften solche nach hause ist ein neues level eigentlich müssten jetzt alles gerne wir haben aber es fängt jetzt schon die end natürlich das ja klar hey das ist ein transformer was ein schachbrett ich will nicht schach spielen ich will gewinnen oh leute das wird jetzt richtig wie haben die das gebaut was so auf dem kopf so bin ich irgendwie chaos gesichtsfarbe normal anders als die auf dem bild naja im überleben stellen wir es mal so hin denn jetzt bist du mir in mein reich gefolgt und hier bin ich allmächtig und du bist ein nichts ich werde mit dir der windskalender da unten rein geklatscht ja ach so ja klar du musst jetzt einfach so und herzlich willkommen im ich muss einfach denn obwohl du es irgendwie geschafft hast nicht zermalmt zu werden wirst du jetzt meinem abscheulichsten und mächtigsten schergen gegenüber treten günther was kommt denn jetzt es geht jetzt richtig nach oben warum geht das schloss jetzt runter oder gehen wir hoch ich glaube wir gehen hoch du triffst auf eben den schergen der den lichtkern zerstört hat und es wieder tun wird die bestie die eon in seine wohlverdiente körperlose vergessenheit gezwungen hat zeigst du uns jetzt auch wer meinen hydra hydra oh mein gott äh nein ja ja nee ja klar vier köpfe wow ich sehe doppelt acht köpfe das ist aber unfair ne ich bekomme jetzt immer der herausforderung oder was ich muss brechen du hast distanz ist am besten ich setze sie mal hier in eilen Mist Alter ähm Entschuldigung kein Problem war nicht deine schuld hä wofür kam jetzt die stormwolf hä hä oh nein nicht die scheiße was war das nochmal äh das im kreis gedreht kacke ah ja genau das ich will das nicht oh ja Sebi oh ja du bist der perfekte charakter dafür hat uns auch voll getroffen daneben ok das war die die war doch schon ja die ich glaube nicht dass die in irgendeiner Reihe folge aber wir zocken dem vier relativ wenig mach schaden mach schaden mach schaden hä wie soll man das denn schaffen alter hm wäre es vielleicht effektiver wenn du auflädst du kannst ja aufladen naja alter wie soll man dem rotz ausweichen hör zu so ich setze ihm jetzt mal ihr Ei hin hä ach nochmal wasser jetzt ist er weg äh mach mal du hast doch schon den ach du hast doch nicht den strahl ach ich dachte du hättest schon den strahl gehabt diesen überkrassen halt deine ulti ulti mega krass fett ulti nee das ist zu früh ja cool die Hydra können wir nicht hä was ist denn mit Magma und äh boah darf nicht Alter wir haben ja noch fast gar nichts gezogen interessant du bist wohl doch geschickter als Ion vielleicht äh steckt doch wirklich etwas besonderes in dir und ich denke meine Brawler sollten es aus dir heraus prügeln damit ich es mir ansehen kann ach das waren die Großviecher genau glatt auf glatt auf ja und feuer erster stone ach Brawler ist einfach nur Kämpfer schieß du bitte mit auf den ach so die ihr seid nutzlos nee ja ist klar ja ja mhm ihr Idioten hier steht eure Inkompetenz bis hier wo waren die dritte gerade bis hier außerdem habe ich noch drei Schergen die dieses Privileg viel mehr verlieben okay die waren jetzt alle drei langsam und schwach und die sind verpflichtend schnell und stark so sehen wir auch mal die Level Up der anderen Kandidaten ist das jetzt serious oder so oder ist das jetzt irgendwie kein Problem und ab geht's ja du machst es zuerst wo kommt der erste Boah wieder der Rotz oah einer muss down gehen einer muss jetzt sterben mir ist egal wer aber einer muss sterben und ich find's nicht du scheiß Pac-Man oah alter jetzt noch nebenbei die Knacke das ist ja kein Problem ja der Endfight wird witzig ich lach mich ich lach mir nach will dir was zu futtern eigentlich will ich eher die Dinger kaputt machen uah lass mich durch